Möchtest du den? Nein, wollen wir nicht. Aber er muss Nein sagen. Er muss Nein sagen. Hä? Hiermit erkläre ich die Prüfung für beendet. Vielen Dank, das Ergebnis wird dir von einem Mitglied unseres Personals mitgeteilt. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Die können doch nicht wirklich... Vielen Dank für deine Geduld, Roche. Kommen wir zum Ergebnis des mündlichen Teils deiner Chem-Prüfung. Ist mir leid, aber du bist durchgefallen. Ganz unter uns, soweit ich weiß, wird die Prüfung nicht ernsthaft abgehalten, wenn der Prüfling noch keine 8 Arena-Orden besitzt. Du kannst die Chem-Prüfung jederzeit erneut ablegen. Und wir hoffentlich bald einen neuen Versuch willkommen heißen zu dürfen.